Was ist die Wissensschaffenden in unserem Land? Wir sind natürlich im Großen und Ganzen hervorragend. Ich meine, wir haben den, wenn man mich fragt, den besten Job der Welt. Wir können uns jeden Tag mit spannenden Fragen beschäftigen und können unserer Neugier frönen. Aber wir sind letzten Endes die Einzigen, darüber muss man sich im Plan sein, die wirklich in der Lage sind, diese drängenden Probleme unserer Zeit zu lösen und da wirklich Lösungen zu finden. Das kann sonst niemand. Und wir werden es uns auf Dauer nicht leisten können, eben diese Klientel der Wissensschaffenden und auch derjenigen, die versuchen, eben genau die Brücke zu schlagen zwischen Wissen und Bevölkerung, dass wir die klein halten. Das werden wir uns nicht leisten können als Gesellschaft. Und da würde ich mir ganz einfach mehr Wertschätzung wünschen.